Ich bin ja ich. Also ich mach die Ziele, die nahe bei mir sind. Ziele. Das ist kein Ziel nah bei mir. 50 Meter. Also sie sind jetzt im Keller quasi. Ich bin jetzt im ersten Stock. Du auch. Ich hab schon irgendwas gehört. Ja, das war ich. Ich bin ja gegen ne Tasse gelaufen. Außenbereich eindringen und decken. Ich bleib mal auf der Treppe, weil sobald irgendeiner steht, man ja wieder an der Treppe vorbei. Ich seh hier was. Fehl von Sensilheitssystemeindringen und decken. Einmal die Taschenlampe. Ich bin ja in der Hinsenstelle hin. Und zumindest. Also du müsstest eigentlich schon ein Ziel mindestens machen. Wie ein Ziel? Ja, also dich halt daneben hinstellen. Dem eins von diesen drei Zielen. Ja, sie müssen ja eh hier hoch. Ja, jetzt nicht. Wie du siehst. Das ist jetzt das dritte. Ja, genau das was du machen müsstest. Ja, das muss ich. Ja, du bist ja auch ein Stockwerk zweit oben, hab ich ja gesagt. Was bin ich ein Stockwerk zweit oben? Ja, du bist jetzt im ersten... Ähm, Barthea. Ich bin jetzt in Köln. Wo die Ziele waren. Ach so. Das musst du mir sagen. Wie macht das ein Stay? Muss ich dir zweimal sagen. Weil ich hab's dir ja immer gesagt gehabt. Ja, aber du musst auch sagen welches Ziel das ist. Ich hätte ja gedacht, die sind gleich hier oben. Ne, alle drei im Unterrensatz. Jetzt sind alle drei eben Barthea. Oder er ist schon Stock, wie man es nennen mag. Ich muss kurz stehen bleiben. Oder sind sie doch ein Dreiter oben? Ja, aber das muss halt dann halt, das war ja natürlich nicht Olli gar. Weil es halt für ein Kult ist. Ah ja, es ist wieder zu eins gehackt. Was wird? Gehackt. Wieder ganz groß erlaut. Ich bin vor dir. Ist der Tappenhaus, ne? Oh, da ist der Gegner wieder vorbei. Ganz scheinbar. Halt also. Ja, geh in den... Dingsbums. Ich glaub einfach den Typen hinterher. Oh, das ist ja komplett falsch. So, erst mal... Ja, zurück. Danke. Immer wieder teuer erschossen zu werden, wenn man grad auf dem richtigen Weg ist. Da ist er hinter dir. In der dir. Äh, so. Ich bin hinter dir. Vor dir. Wo ist der Tappenhaus? Wir sind grad... Na klar, da ist's. Aber eigentlich, wenn wir jetzt noch nicht oben sind... Haben wir noch ne Chance. Ja, na, wenn wir jetzt noch nicht oben sind, sonst müssen wir einfach bis hier bleiben. Weil, einen anderen Weg nach oben kenn ich nicht. Ja, das andere Tappenhaus kennst du nicht. Und irgendwer hat's geschafft, den Anfangseinsatz-Ziel hinzugehen, wo ich meine einzige Mini-Click hab. Aber... Also, hier müssen wir jetzt halt auch wieder schauen, dass wir alles verminen. Wir werden jetzt da hinten... Warte mal, wir werden eigentlich... Ist egal, wo sie da auch kommen... Warte, du mal mit. Ne, ich bleib jetzt erst mal immer da hinten. Nein, nein, nein. Wir werden bloß hier... Das mal von hinten, dass da keiner reinkommt. Und da drinnen wir mal alles hin. Und da drinnen wir mal. Es gibt aber mehr als ein Einzatz-Ziel, das weißt schon, ne? Hier oben nicht? Ne, es gibt ja... Es gibt immer drei Einzatz-Ziel in diesem Spiel. Das dürftet ihr mittlerweile... Ja, hier oben aber nicht. Doch! Ich steh hier neben der zweiten Festplatte. Oder die zweite? Hinter mir jetzt drauf. So, zwei Festplatten sind verbind. Und eine ist oben. Okay, die mach ich jetzt auch mal noch. Äh, schau mal die... Okay. Die mittlere von den drei, würd ich mal sagen. Das sind jetzt keine Minen mehr. Uh! Nein, 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 nein. Also, man muss quasi... hier eine Mine hinlegen. Also, man muss quasi... Die zweiten hast, würd ich mal... eine schöne Spy-Drucker hinlegen. Ob ich nicht. Da oben hüfts jemand rum. Das ist bei mir ist einer. Ja. 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 Bei mir halt. In der Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob der nach oben hockt. Wahrscheinlich nicht. Oder kann der nur da raus. Wäre natürlich auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der nach oben hockt. Wäre natürlich auch gut. Wäre natürlich auch gut. Ich weiß ja nicht mal, wie ich hier wieder rauskomme. So einer ist über mir. Da oben ist irgendwo einer. Ja. Ist immer ganz kurz da. Ist immer ganz kurz da. Einer tot. Ha! Der, der droppt. Das war er. Bei mir ist noch einer. Dachboden Süden. Ja. Ich schieße das an. Sticky Cam. Also. Der ist da oben irgendwo. Glaub ich. Oder da hinten irgendwo. Der ist da oben irgendwo. Der hat da den Erlangs nicht eingekommen. Der ist ja nicht am Garten. Nein. Hat er doch geschafft. Was? Ich glaube ich bin hinter dir. Du bist hinter mir. Ist der da unten? Ich war hinter mir, ja. Der ist schon da unten unterwegs. Nee. Der hat mich bloß angegläst. Achso. Der muss erst mal wieder hochkommen. Der ist da oben. Storage. Da normiert. Der muss hier vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank.